gut wie versprochen sind wir genau an der stelle an der stelle ich habe noch nichts mich bewegt oder sonst was ich habe allerdings zwei sachen geändert und zwar das sind sie meine pistole hat jetzt auch ein kleines visier das gewehr ist mit so einem kleinen leuchtpunkt da vorne ausgestattet mein dieses dieses standard gewehr dieses was wir gefunden hat dieses kampfgewehr hat wie immer noch das punkt visier ich habe allerdings unsere karabiner flinte hier zu dem sniper gewehr umgerüstet weil das das bessere sniper gewehr hatte irgendwie aus dem wort entkommen draußen im commonwealth wird sie wohl nicht lang überleben weil das aber das bessere sniper visier hatte und ihn bretze besseren kombi aus die bessere kombi aus rückstoß holster lauf und ziel visier und aus dem ding weil wir dafür auch so viel abo haben habe ich jetzt eher was für nahkampf gemacht aber so ein bisschen im nahkampf schießen mit was auch immer die das so grün gekriegt haben ja das nur zu den baulichen veränderungen hier fasse ich nichts anderes als stehen 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 ich will aber nichts stehlen also haben wir heute neuen besuch bekommen sag jetzt nichts aber meine güte ich wäre jetzt so gern da draußen sei vorbereitet gefährlich dafür muss man sich gut vorbereiten an deiner stelle würde ich vorher lernen wie man schießt ich habe noch nie eine schusswaffe auch nur angerührt weiß nicht mal ob unser sicherheitspersonal schon einmal ein echtes gefecht hatte aber angesichts unserer aktuellen arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal man nicht üben sollte harte arbeit macht sich bezahlt scheiß auf die arbeit harte arbeit macht sich bezahlt und ihr haltet doch den wort am laufen oder zumindest versuchen wir das offenbar sind es die beweglichen teile wegen denen wir derzeit rund um die uhr arbeiten strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide vortech hat beim bau dieser orte keine halben sachen gemacht gut ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die arbeit vielleicht sieht man sich ja noch ja fast gar nichts hast du das alles clown 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 keine anzeichen von strahlung beeindruckend natürlich nicht hallo ich bin ja super tut er hallo du kommst nach dem commonwealth nicht wahr hört sich an als wäre es spannend im commonwealth und gefährlich das wird er nicht gefallen dr vorside und rachel haben eine menge medizinische vorräte falls du dein bestand aufstocken möchtest mit zu zweck 100 c fressen vermutlich wo bin ich hier jetzt da du es hier rein geschafft hast werden wir dich im auge behalten du uns also ein gefallen und bin nämlich dann bin nehme ich mich mal licht ist nicht im aufzug war es aus oder was hier könnte mal einer die glühbirne reparieren weil natürlich das leuchtmittel ich habe sogar noch ein paar in der tasche so ist es nicht hey mister bist du wirklich aus dem commonwealth ja warum ich bin vom mond hab noch immer käse an den schuhen war wohl eine dumme frage aber du bist sicher das erste mal hier ich kann dir den wort zeigen wenn du magst kostet nur fünf kronen korken das ist nicht nötig ich finde mich selbst zurecht spielverderber hallo was willst du mit meinen fünf kronen kruck bist du wie viel wert fünf kronen krucken sind ey verfolgt mich nicht ich brauche mir sagen sie ziemlich übel aus da drin ich bitte die du hast meine hilfe seit jahren nicht gebraucht was immer es auch ist es kann warten und ich kann also einfach warten du bist mehr unterwegs als hier bei uns was ist nur aus unserem liebenden ehemann und vater geworden die mir nicht auf den keks alexis du bist also der neue ich habe schon gehört dass wir jemanden in den wort gelassen haben wie lange hast du vor hier zu bleiben das geht nicht an lang genug weiß nicht warum warum interessiert dich das ich stelle hier die fragen ich wohne hier ich habe ein recht das zu wissen weiß ich noch nicht werden wir sehen werden wir wohl wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern wir müssen nicht jeden reisenden reinlassen der sich zu uns verirrt die ganze welt ist so unser besuch aus dem commonwealth willkommen im versorgungslager und entschuldige die unordnung ich habe derzeit einfach keine zeit zum aufräumen hm keine zeit warum das denn wo soll ich nur anfangen wenn man mit sachen zu tun hat die über 200 jahre alt sind ertrinkt man recht schnell in arbeit es gibt tage da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen aber das interessiert dich sicher nicht möchtest du dir mein angebot vielleicht mal ansehen ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen toll ich habe hier alles mögliche rumliegen drohnen denn von gewicht für blei 56 ach kurk plastik und schraube ist in seinem klo aufseher arm schutz wo die verkauft ja ja ist klar schlappe 30.000 zusammen düngermittel enthält säure und dünger hm 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 ich gucke mich mal so ein bisschen durch auf fusionskerne wenn die fusionskerne hat warum musste ich dann drei stück bringen fusionszellen glaskrug bolzen uhren hanschen kaliber 50 hochleistungsmagnet eine ladung öl enthält öl pro snap eine rakete uh 60 ist die wert wattengift die machen überall das bestrein wie es aussieht einfach überall wächter des aufsehers für 3000 gibt es den der feuert 45er störers rechtes bein erhöht die laufgeschwindigkeit des trägers um 10% ähm 45er ach geht dasselbe mein taktisches gewehr nö danke mein taktisches gewehr ist mir schon ganz recht tut mir leid wegen der wartungsarbeiten tut mir leid wegen der wartungsarbeiten das hört im moment gar nicht mehr auf was würde ich nicht alles für ein paar brandneue rolltech markenersatzteile geben ah radios wo sind die radios ich hoffe mal dass dieser pipboy da dir gehört immer so hier ist das blöde radio nein hier sind noch mehr radios hä hä ähm could you please fucking God wenn du es noch nicht getan hast solltest du mal im klassenzimmer vorbeischauen ich suche grad im radiozimmer uh okay die folge wird länger brauchen zum hochladen weil er die ganzen audiospuren rausschneiden wird und ich dachte schon wie viele haben sie denn hier von versteckt ja jetzt noch das bricht der kleine das herz ich wusste gar nicht dass meine frau so kalt hat sich ist auch ab und zu zicken nach über 40 jahren glücklich schätzen dass du noch lebt so was die musik gekümmert haben geht es wieder mehr um die story du kannst dir ruhig die meisten dienstleistungen nutzen die wir hier anzubieten haben entschuldigung aufseher mcnamara einige unserer bewohner sind weniger begeistert über besucher von draußen aber beachte bitte dass sie nicht für uns alle sprechen was soll ich dachte sie dich ruhig in ruhe um du hast zu allen bereichen zutritt das ist ja auch gewagt bin der fremde von außen aber gib dem mal ruhig überall zutritt gut du hast nichts zu sagen ja ja der hatte auch nichts zu sagen haben wir mal hier hinten an das ist klo der hat nichts zu sagen bist du das aus dem commonwealth gwen hat mir von dir erzählt immer schön hier ein neues gesicht zu sehen äh gwen durcheinander bringen was auch immer ja kann mir schon vorstellen dass wir eure routine ein wenig durcheinander bringen und das ist auch gut so sag mir wenn du proviant für deine reisen brauchst oder einfach nur hunger hast unsere karte ist nicht so exotisch wie das commonwealth aber sie erfüllt ihren zweck der lange hals hast du irgendwie alleine arbeiten kein interesse dann lass mal sehen was du so hast wie gern würde ich sagen dass das alles hausgemacht ist wie zu erwarten war hat sie tatsächlich jede menge essen und kauft auch nur essen das ist interessant fassen die auch nichts an netter pitboy geht zu alexis wenn er mal zicken macht sie repariert ihn dir poppen ey ja pestig ihre katze ist ins commonwealth davon gelaufen ich hatte gehofft dass du vorbeischaust ich weiß aus erfahrung dass das commonwealth gnadenlos zur frisur ist also lust auf einen haarschnitt nein kein interesse na gut aber komm wieder wenn du es dir anders überlegst ja das darf ich mitnehmen tablet was deine neue gesichtstätowierung freigeschalten und vorsicht ob da erstmal das um hier ist denn dieser junge nur wieder hin diese sorte schlägt sich echt gut sehr wenig verfärbung starke zellstruktur meine neueste charge obst schlägt sich recht gut man müsste erproben wie sie auf strahlung reagiert du bist perfekt geeignet ich suche nach einer freiwilligen versuchsperson die diese neue obstsorte probiert die ich gezüchtet habe es geht um eine neue sorte mutterbeere die ich gerade gezüchtet habe sie sollte nahrhaft sein und strahlenvergiftung heilen aber ich brauche eine testperson die sie probiert ja ich mag obst hervorragend sagt mir einfach wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst hm wo habe ich denn nur den geiger zähler hingelegt wow mutterbeere die heißt jetzt nicht mehr irgendwie spezielle mutterbeere hmm süffig im abgang äh klar natürlich kein problem wirklich toll ich hatte befürchtet dass ich schon wieder eine anfrage an den aufseher stellen muss bring einfach vorbei was du findest wenn du dazu kommst das sind also genauso punkte wie in dem anderen haus die mutterbeeren oder einfach endlos dünger deponieren kannst und kriegst dann dein geld dafür jetzt haufenweise frisches zeug okay der heißt direkt auch frischer mais frische karotte ja die hallen auch ein bisschen mehr sind auch ein bisschen mehr werde ich die kartoffeln nicht hin gut zu wissen keine fallen tricks ja nie da muss wahrscheinlich der ganze leitungskanal ausgetauscht werden echt alles sehr hübsch gestrichen und auch vordermann gehalten hier hier kann man sich vorstellen dass die hier tatsächlich ganz gut leben können ich will keinen ärger in 81 nein 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 ich will aus wie ärger willkommen ich hoffe das wird nicht unverschämt aber ich möchte dich um einen gefallen bitten würdest du medizinische proben abgeben vielleicht nur eine blutprobe also für eine blutprobe wollte ich schon bezahlt werden du willst um geld feilschen hier stehen leben auf dem spiel entweder du tust es weil es das richtige ist oder ich warte auf den nächsten commonwealth besucher setzt sich einfach dann nehme ich dir blut ab setzt dich um jetzt setzt dich wo setzt dich hier letztlich da auf sich hierhin ach jetzt hierhin 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 es dauert nur einen moment so hat doch nicht weh getan oder danke das wird eine große hilfe sein jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten ich war lebenspunkte verloren hallo dr forsythe du brauchst medizinische versorgung geht so rachel sie hilft dir gerne bei allen problemen weiter okay das ist rachel du bist dieser wanderer aus dem commonwealth ich bin rachel ich unterstütze dr forsythe bei seinen medizinischen aufgaben bist du krank oder verletzt letztliche frisur hast du ich will handeln ich brauche ein paar vorräte doktor super dann schauen wir doch mal Patronenwasserblutpaket Buford Radaway 192 das ist halt echt sehr teuer hoch ja ich hätte ja bestimmt nicht das terminal auch wenn das nicht rot war ich würde sagen auch mal eine komplette folge world 181 nein ein radio wo steht es nope musik out of nowhere ist immer schlecht kein radio du solltest mal bei horatio vorbeischauen wenn du schon mal hier bist im commonwealth trifft man wohl nur selten auf frisör ne trifft man vor allem noch selten auf blödes radio was du nicht findest gut gucken wir uns trotzdem kurz hier um radio hin oder her kein shit hier ne wieder raus hallo hund du bist grad maximal im weg oh die haben überall so eingebautes radio das geht total auf die eier na da nicht hier nicht da auch nicht klein wieder raus hier ist ein radio da hätten sie vielleicht eine option einbauen sollen von wegen youtube modus oder so deaktiviert radio wir haben alles im griff das ist schon aus das ist schon aus ja das sind halt denen ihre ihre kabinen und wie heißt das quartiere geht mir eigentlich nur hierzu kurz rein zu gucken ob ich nicht eventuell ein world boy finde oder pass auf wegen der wartungsarbeiten die hören hier nie auf radio gefunden aber sonst doch nichts hey ja und die knurrt die mal an hier hab gehört dass heute ein händler vorbeigeschaut das wäre dann wohl ich warum liegt denn da mais auf dem klo was seid denn ihr ver widerliche bastarde ok hier gehts noch lang reactor core hier ist auf einmal überhaupt nichts mehr gemacht ist nicht gestrichen und nix die 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 sie werden in chronologischer reihenfolge verarbeitet du bist also programmiert wort wartungsarbeiten durchzuführen scharfsinnig beobachtet ich unterstütze bei der wartung des reaktors ich kümmere mich um das herz des wahls er zieht es vor mich zu beaufsichtigen und mir das privileg zu überlassen die arbeit auszuführen klingt für mich nach einem typischen chef es erleichtert mich dass sie das sagen verglichen mit seinem vorgänger hat Mr. DeLuca sehr wenig wissen über mechanik ich dachte schon fast dass er unqualifiziert ist aber wenn es ums delegieren geht ist er erste klasse ok äh in ordnung weißt du er ist ein junkie und wird unvorsichtig wenn er erwischt wird bekommen wir beide ärger und so sehr ich dieses büchsen paradies auch verlassen möchte so will ich nicht gehen wenn er süchtig ist solltest du ihm helfen clean zu werden ich hab's ja schon versucht ich hab ihn eine woche lang eingesperrt nach zwei tagen hat er wieder was genommen ich gebe ja zu dass ich auch schuld daran bin bobby bekommt seine cams von mir und ich halt ihn an der kurzen leine aber jetzt reicht's von mir bekommt der faule sack nichts mehr gut das ist der erste schritt um deinem bruder zu helfen das hätte ich schon lange tun sollen aber hier ist alles nicht so einfach unser besuch von draußen na verlaufen hier unten wird nicht gehandelt bitte machen meine hände zittern schon und hey bobby hey unser besuch von draußen na verlaufen äh interessanter raum nicht verirrt ich sehe mich noch ja hier unten gibt's nur die alten generatoren zu sehen oh und hey falls du jet dabei hast würde ich's dir abkaufen für 75 kronkorken ach das ist sein bruder ich bin kein dealer ich verkaufe keine drogen hey vergiss einfach dass ich gefragt habe und wenn du unser kleines gespräch für dich behalten könntest wäre ich dir dankbar aber sag's tina nicht die macht mich sonst nur zur schnecke reparier dies reparier das es hört nie auf nur gut dass wir den alten rasti haben sonst würde ich nur was erledigt werden hi tina vergiss nicht was ich gesagt habe wenn er mich in schwierigkeiten bringt darf er sich das bis in alle ewigkeit anhören dieser vault würde auseinanderfallen wenn ich dem alten rasti nicht sagen würde dass er ihn reparieren soll oh 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 alter alter terminal des aussehers die terminals zählen ja nicht als klau oder als hacking oder den code kann ich nicht knacken ach so das ist meister ah ich kann ja erst fortgeschritten gut jede menge stuff und interessante gespräche und dann machen wir hier mal zu hier hinten sieht es echt aus wie warum ist der teil so widerlich ach und sponsor nach hier ist eine schule kennt kennt boah ein echter lebender mensch aus dem Commonwealth du bist ja lustig angezogen hallo entschuldigung hast du meinen kater gesehen Ash ist verschwunden ähm ich glaube er hat den vault verlassen ich habe ihn gesehen als ich herkam den vault verlassen oh bitte bring ihn zurück bitte niemand sonst würde rausgehen um ihn zu suchen ich suche nach ihm ich suche nach ihm danke er heißt ashes und ist ein süßer grauer kater ich will nur dass er nach hause kommt Oma sagt dass ich ein Fass ohne Boden bin wenn es ums essen geht Hi Austin eines tages schaue ich mir mal das Commonwealth an wenn meine Oma es mir erlaubt ja ja die Oma hallo du kommst von draußen nicht wahr hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer Herrje wusst ich's doch meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest äh denk ich zu grausam aber gerne ich werde sehr gerne zu ihnen sprechen hervorragend schau einfach mal vorbei wenn Unterricht ist ich unterbreche ihnen dann einfach und übergebe dir die Klasse jetzt wünschst du dir nicht dass du dich für die Führung entschieden hättest hey Katie möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen ich mach mal ähm sehr gerne ja würde ich gern wunderbar die Kinder sind so aufgeregt Kinder Kinder hört bitte zu wir haben heute einen Gast der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft äh harter Kampf nur mit einer Pistole Todeskrallen sind sehr gefährlich es war ein harter Kampf wie hast du sie erledigt äh Raider mit bloßen Händen von Raidern verletzt liebe Geschichte über Maulhausraten Leute haben Preston in Falle gelockt eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben aber du hast ihn gerettet oder? Preston hatte mir gezeigt wo ich eine Power Rüstung zum Reparieren finden konnte Power Rüstung? Wow! ich war nicht darauf vorbereitet als die Todeskralle rausgekrochen kam Gott sei Dank hatte ich die Power Rüstung das klingt gruselig ich war schwer verletzt aber Preston und ich hatten das Vieh erledigt wow vielen Dank für die Geschichte Kinder bedankt euch danke und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken hier wow ein Korknock der Baba nice nicht dass ich hier uh 89 EP das auch mal natürlich ja ja ich kann es kaum erwarten endlich nicht mehr in die Schule zu müssen wer kann das schon nicht ähm hier gehts da lang hier und da sind die ganzen Dinger hier gehts zurück ok ok ich glaube ich habe jetzt hier soweit alles schon wieder eine Lampe was machen die Leute nur mit den Dingern dass sie ständig kaputt gehen jup der gute alte 81 uns fliegt hier langsam alles um die Ohren Katie Payne ist hier in 81 die Lehrerin schau mal in ihrem Unterricht vorbei sie schätzt die Erzählung der Leute von draußen das dit verdammt ich brauch mal ne Pause Calvin tut mir leid Neuer hab im Moment kaum Zeit zum reden Stimme passt perfekt zum Gesicht guck mir aus irgendwelchen Gründen bekannt vor uh das war mein Headset was mir gemeldet hat das ist kein Strom mehr hat guck hier zack so sonst höre ich nichts mehr in 5 Sekunden hier ja wummert da doch mehr Dane rein als drinnen waren äh aufzug ah ja ich brauche mehr Samen gut dann machen wir uns mal raus hier aus dem Vault und machen noch ein paar Quests sind ja eh noch da jetzt ja ja schon tief Security Screening war ich hier schon? ah ja ja wenn du gut essen willst geh zu Maria in der Kirche hat immer was für dich du bist also der Grund dafür dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen ist doch gelogen jetzt ist doch so ich muss wieder jemand von draußen warum haben sie dich denn rein gelassen äh nicht dein Problem ich sehe mich um bin hier um ein bisschen Handel zu treiben na dann beeil dich muss nicht sein dass Leute wie du hier rumlungern na du bist mir ja ein Sonnenschein hältst du dich für witzig? genau das ist der Grund warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben ich sehe schon die ganzen Wolfsleute haben alle ne Macke neuer Durchthof ja und was für fiese Geräusche haben das Ding ja also einfach mitten im Berg gebaut zu machen kann ich das nicht also ab nachts draußen ok ich habe angeblich noch eine Quest im Vault ne hab ich nicht die Lügen so das nächste wäre dann Hardware Town mit dem Baumarkt hier hinten sind eine ganze Menge Quests vermutlich die noch kitty kitty das nicht das auch nicht das auch nicht das auch nicht das sind zum Glück immer diese Management Quests das sieht man und das ist das und dann jetzt nochmal auf die Karte ich bin der Ashes kann ich denn nicht irgendwie eine Markierung wieder entfernen setze ich die halt da oben hin einfach nur dass die weg ist hier habe ich nämlich jetzt keine Quests mehr gut dann kümmern wir uns als nächstes mal um Hardware Town das wäre dann da so ja das aber in der nächsten Folge machts gut bis dahin ciao ja